Jo, da können wir nicht stopfen einmal Pause, dann geht das los. Jo, Tim auch. Tim kommt auf morgen. Moin, Tim. Moin, die Herren. Alle freundlich, so ist das. So muss das sein, du nicht anders. So machen wir die Faden. Jo, jetzt kommt unsere Abteilung. Wir rennen immer durch ein Bild hier. Unser Herr Philipp, auch ein guter Junge. Und da haben wir unser Ranse hier wieder voller Beih. So sieht das auch aus. Klasse. So, jetzt haben wir unsere andere Granate hier. Der wird immer besser, der Mittelfeldspieler. Und Moritz auch, alles gut. Moritz hat wieder seine Form. Jetzt hat er ja den 18-jährigen Vorsicht. Da bin ich mal gespannt, wer das Duell gewinnt auf dem rechten Verteidigerposten. Da bin ich mal gespannt drauf. Ach, Tim. Jo, jetzt kommt die französische Granate hier. Mit unseren Lüg. Jetzt könnt ihr euch freuen. Jetzt haben wir ihn hier. Volles Programm von Lanzer. Da bin ich mal gespannt. 18 Jahre alt. Alles gut. Wunderbar. Jo, alles gut. 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 So ist er. Morgen, mein guter.